Ein Candle Deer und die macht man aus Torches und... Okay, also das kann ich ja schon mal machen. Ich kann ja mal eben fünf... Ja, also das kann ich schon mal opfern. Das ist ganz klar. Na, weg mit dem Zeug. Zwei Prozent sogar schon. Boah, ich werde davon ja richtig reich, wenn ich das verkaufen würde. Nein, ähm... Also fünf Diamanten brauche ich. Zehn Stücke Gold. Fünf. Ich brauche zehn Stücke Gold. Die habe ich ja auch noch. Und dann würde ich sagen... ...brauchen wir dringend... ...unsere Ausrüstung für die Nether-Tour, denn... Der Nether ist ja ziemlich böse, wie ich gemerkt habe. Ich habe keine Kohle. Okay, das Nano-Teil können wir jetzt nicht machen. Ich habe keine Kohle. Ich habe nur Kohle-Last. Äh, tschuldigung, das Magnum-Teil. Also müssen wir Nano-Zeug machen. Und da wäre ich als erstes für... ...einen Helm. Dann macht man aus Energy-Crystal. Night-Vision-Goggles. Okay. Luminator. Und nur eine Brustplatte. Aber die hat keinen... ...mh... ...mh... ...ne... ...ähm... ...Illuminator. Also... Ach, Mist. Carbon-Plates sind ja... ...vier... ...acht... ... ...mh... ...mh... ...zweiunddreißig... ...hallo... ...zweiunddreißig Carbon-Plates... ...kann ich ja mal eben herstellen. Lass ich mal lieber so. Wenn man weiß, wofür ich die brauche. So... ...so... ...harm... ...so... ...was... ...Nano-Hopper. Aus ganz vielen Hoppern. Plus einem Iron-Ingot. Gut. Was brauchen wir denn dafür noch? Den Energy-Crystal. Ja. Wozu habe ich denn sonst... ...das ganze Zeug hier hochgeschleppt? Eins, zwei, drei... ...vier... ...ähm... ...und jetzt... ...geht's an das Neue. Night Vision Goggles. Advanced Heat... ...Heat Exchanger. Reinforced Glass. Okay. Bronze... ...Kupfer... ...und Sulfur und... ...aah... ...da haben wir... ...mal was gefunden... ...was wir... ...brauchen können. ...also das ist Bronze... ...hier... 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 ...zwei... das geht raus so fehlt mal wieder kupfer was ich alles brauche es geht auf keine kuhhaut drauf es geht auf gar keine kuhhaut drauf ja die plates habe ich fertig das zeug habe ich auch fertig 1234 hallo und 12 her damit so du kommst hier drauf 4 prozent haben wir schon also das geht richtig schnell würde ich mal sagen naja wenn wir da jetzt nach diesen zwei stunden den neuen ventilator draufhauen dann geht das wahrscheinlich noch schneller und wenn wir den iridium ventilator draufhauen dann geht das noch was schneller also nach gut wie lange hielt der ventilator 23 stunden also noch 300 folgen und dann haben wir einen neuen ventilator drauf so einfach ist das naja ich wollte herunter ich überleg schon nicht mehr ich tue es einfach frag mich dann was ich hier unten mache geht dann wieder hoch frag mich dann wieder was ich mache hallo hallo spielett ups boah wieso fliegen die alle in die richtung ist hier noch ein creeper komm her creeper ich suche ein bisschen streit vielleicht kommt dann irgendwann mal ein freund der enderman den brauche ich nämlich gerade okay ich sehe nicht schade naja was ist denn mit meinen crops da los das wäre auch mal eine schöne idee zu gucken jetzt habe ich diese essenz daraus bekommen okay jetzt macht das ganze auch sinn nein das sollst du nicht essen denn hallo nein ich hätte gerne davon nein usage genau man kann mit den essenzen nämlich verschiedene sachen machen gut ja habe ich auch wieder jede menge ausgegeben nur um etwas zu erfahren aber es ist ja nicht schlimm denn jetzt weiß ich es ja so sticky resin extractor hau rein ich war gerade bei der re batterie und ich hatte kein rubber mehr aber das zeug kann ich hier unten packen da sicher aufgehoben und du bist da sicher aufgehoben so ja perfekt das läuft doch jetzt so langsam mal richtig gut so ähm naja wenn ich wüsste was ich jetzt machen wollte so saufa natürlich saufa 1 2 1 2 1 2 3 4 5 hallo war doch richtig ich bronze saufa achso achso da fehlt noch etwas gut ich kann nicht nur saufa verwenden schade wäre zu einfach gewesen so lead or ein stück tschung mccurator lead or ingot ja das wird sogar schön gemacht du kommst wieder hier rein was machst du 7% lead dust perfekt so jetzt aber bitte saufa naja das sind wahrscheinlich äh kathode und anode und das kann ja nicht das gleiche sein ja 10.000 EU was passiert wenn ich das ding auflade ich wette dann kann ich das nicht benutzen lasse ich lieber so ok luminator 10 plus glas ja wir haben jetzt sowieso keine zeit mehr sehe ich gerade stelle ich gerade fest also werde ich jetzt erstmal noch sand farmen gehen denn das ist langweilig und das möchte ich nicht in der nächsten Folge direkt zum anfang machen vor allem denn weil ich immer vergesse meine schaufel mitzunehmen dann wird das ganze noch langweiliger es ist schon so langweilig und in gut 30 sekunden müsste der wecker klingeln und er hat gerade geklingelt das bedeutet ich gehe das ding noch schnell weg bringen in den ofen damit es fürs nächste mal fertig ist und ich sage tschüss bis zum nächsten mal und haut rein bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal